und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu carmechanics simulator wir machen weiter ja letzte folge war jetzt nicht so spannend wir haben aufträge gemacht und so und dies und das und jenes und hier service der wir irgendwas mit service wir brauchen etwas mit bonus xp haben wir sowas natürlich nicht ja dann nehmen wir uns mal einen kampagnenauftrag mal wieder vor ach du je immer mal gucken hier wieder aussieht der kumpel nicht so gut wahrscheinlich die kampagnenfahrzeuge sind ja immer wieder spannend der sieht ja aus mit dir passiert hey man da kennst du mich wieder wirklich nicht ich bin der internet star von car racing naja vielleicht ein kommender star man hat mich eher ihm das ist mein neues auto projekt ich habe es gerade auf einen schrottplatz abgestaubt im moment sieht es aus wie schrott aber wir können das zu einem juwel machen ich meine nicht ich sondern du kannst das aber das muss doch niemand wissen oder machst du bei diesem projekt mit ich hoffe es sehr ich möchte möchte vor der ersten episode nur prüfen ob es startet über den rest können wir später nachdenken danke wir sehen uns auf import tube zum starten braucht ein bisschen was hier da ist jetzt nicht so viel zu sein aber das kann täuschen das kann wirklich täuschen also starten ist nicht hier wenn wir irgendwas anhängen mal gucken kaputt 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 alles kaputt ja alle hinüber so gut wie bis auf die teile hier die kann man reparieren aber es steuergerät auf jeden fall motor springt nicht an ja ja nicht an stimmt drosselklappe lichtmaschine ist kaputt anlasser mittlere sicherung ich will ja nichts sagen aber hier ist echt einfach alles kaputt kumpel ich lasse mir das mal kurz anzeigen dass es ein bisschen schneller geht sonst brauchen wir ja ewig für die ganze kacke naja zumindest keine drei seiten voll ja unten müssen wir aufmachen wir müssen zumindest da nicht aufmachen 20 prozent man also nur die teile die wirklich kaputt sind und dann fangen wir mal hier an das einmal das einmal stehen einmal und stehen einmal so release habe ich gesagt zweimal einmal einmal und einmal dann hat er seine sicherung schon mal neu spiel aber die muss einmal raus 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 das passt ach so und der muss auch noch raus so dann kriegt er den ja schon mal neu schon mal neu bei ohne dem ist ja nichts mit starten das neu und dieses geschöpft hier auch neu damit decke zu und wieder so kraftstoff bild das dem ist mir ja eben wir müssen wir ablassen was ist schwarz und kaum was drin gewesen gut ja dann wollen wir doch mal schrauben es sind alle vier kaputt und kerzen da müssen wir da nicht mehr ran das sieht gut aus dann können wir die nachkaufen eben schnell release release einmal das kriegt es wirklich einfach nur das nötigste das ist auch das was er wollte sind kerze rein wir haben auch noch 52 und so verbrauchung glaube ich das passt auch bei der maschine hier wie viel darf er denn und 20 prozent geht nur die hunderte leider aber das ist schlimm so gut die entfernen wir einmal die laden wir mal auf passen so kraftstoff filter sich einmal eintragen geht es schneller luft filter wir brauchen drossel klappe lichtmaschine und die lichtmaschine kriegen wir auch ausgebaut wenn wir ist da immer ein ausbauen dann kommt man die lichtmaschine ran gut haben wir noch eine da mal eine da ja sehr schön haben wir noch da das ist gut so wir haben wir die trossel klappe ich glaube die trossel klappe habe ich nicht mehr da nehmen ich auch hier nicht mehr repariert ist stört es ist alles eigentlich mal kaputt aber die anderen teile sollen wir nicht ausbauen geht ja nur darum dass die maschine erstmal startet keine ahnung gut dann bauen wir das ding wieder dran das teil wieder dran und die batterie holen wir uns jetzt mal eben dann haben wir die auch weg kriegt er da wieder wie neu so dann brauchen wir ja ich würde funken ist weg kraftstoff filter brauchen wir einmal luftfilter brauchen wir einmal rossel klappe brauchen wir einmal lichtmaschine haben wir fertig ölfilter brauchen wir auch einmal okay gut 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 dann können wir das hier mal anbauen dann kommt die trossel klappe noch mit drauf okay einmal hoch damit dann sollten wir hier an den ölfilter rankommen ne warte mal was habe ich denn noch für ölfilter jetzt was habe ich gesagt kann der 22 ach reicht nicht leider egal dann ist das halt so kraftstoffpumpe luftfilter da muss ich oben ran kraftstoffpumpe ist da hinten da weiß ich gerade gar nicht ob ich da auch eine neue habe oder nicht glaub nicht mehr inzwischen auch schon alle aufgebraucht mach mal lieber mal so das brauche ich hier drei jahre bis ich die finde okay dann kann man gleich dran bauen so dann wieder runter und dann lass mir das Teil noch reinbauen der luftfilter genau und aus dem ganzen musste man ja gar nicht so viel machen ich da neues öl drauf wechseln 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 ok ok widerlich gut dann machen wir hier mal neues rein hier kommt neues rein ich weiß nicht wie lange die karre halten wird also kann ich nicht sagen ach wie ist das jetzt passiert wollte ich gar nicht ach man ich verkehrt gedrückt da hab ich verkehrt gedrückt man so sollte es doch dann gewesen sein glaube ich noch nicht ganz servoflüssigkeit müssen wir noch genau ok jawohl 1900 hat es was gegeben mal ja dann 13 minuten da waren wir ja richtig flott hier da waren wir ja dann richtig flott wieder nix mit bonus xp hier ist was bonus bonus xp hier ist das ist das ist das der sieht ja noch ganz nett aus dass man so sagen darf das ist da habe ich schon gesehen bremsen ok so viel ist es nicht aber das ist zerstört hier hinten glaube ich ja das ist zerstört wahrscheinlich auch keins mehr da oder doch habe ich ja nice direkt wieder geld gespart so sehr gut dann ist das schon mal neu wir haben hinten die probleme mit dem pust dämpfern sehr gut die lässt sich reparieren die geschichte lässt sich reparieren das ist okay und hier kommen wir auch ran allerdings können wir da jetzt nicht mehr so viel machen glaube ich d 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 habe ich glaube ich noch da der olle bremsscheibe ja das ist kein problem aber ne war der markt war ja auch die letzte war ja okay hier die ich hatte es war die 86 sowas machen wir jetzt hier nicht das ist okay das war die wir haben wir müssen ja das ist noch einbauen ist man natürlich auch kaufen gerade da das teil dran und jetzt kann das rad auch dran hier weiß ich nicht ja sehe ich schon okay bremssattel ist noch okay die ist kaputt ist auch kaputt da wieder eine neue über glaube ich habe ich gesagt bremssattel war okay und wieder reifen dran das bringt ja immer hin und her okay sehr gut das sieht sauber aus hier ist gar nichts ein radlager ist noch kaputt bevor du das findest dauert ja auch wieder drei jahre ist hier müsstest du immer jeden reifen abnehmen glück haben dass wir den richtigen da ist da rein zu gucken da ist das gute stück müssen wir noch da haben ich bin noch mal zu schnell das ist mein problem hier radnabendeckel hat er nicht so ein 100 da drin gehabt das kann doch mal gleich vergessen das sieht ja schon eher richtig aus damit haben wir alles gemacht und jetzt muss man doch noch die karosserie machen wir brauchen außen spiegel links klappe außen spiegel links und dann brauchen wir auf flügel vor links motorhaube motorhaube scheinwerfer links und rechts staustange hinten hier hinten links war das stoßstange hinten sah gar nicht so kaputt aus ne tür vorne links ach du kacke hier vorne rechts dann haben wir noch windschutzscheibe wir brauchen erstmal erstmal brauchen wir nur die windschutzscheibe weil ich will jetzt gucken ob wir die teile noch repariert bekommen dann kann man richtig geld sparen außer so klar das kann man leider nicht reparieren das ist das hier war überhaupt das ist ein aber das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein Haben wir da richtig Kohle? Mal gucken, was wir alles haben. 100 Prozent. Ich glaube, ich habe auch zu viel ganz gemacht. Den Beagle braucht man gar nicht. Aber wir haben trotzdem Haaraufwellen, Geld gespart. Auf jeden Fall. Scheinwerfer können wir nicht reparieren. Scheinwerfer. Links und Scheinwerfer rechts. Wir haben die Seite, die Seite, das Glas, Begel, Führer haben wir ganz gemacht. Riech da das Glas wieder. Die Rohrstange haben wir ganz gemacht. Und die Heckklappe haben wir auch ganz gemacht. Sehr geil. Japaner oder Chinese ist das, ne? Ach, die Heckklappenscheibe fehlt noch. Habe ich nicht gesehen. Entschuldige mich. Ich, dass es windig wird hier, wenn du rückwärts fährst. So, darfst du jetzt fahren? Ja. 6000. Geil. Haben wir richtig gut Geld gemacht. Ha, 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 ha. Richtig Gewinn. So, wir waren richtig schnell. Wir waren richtig schnell. Ich bin beeindruckt. 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 So, Schätzchen, was hast du denn hier? Ui. V8 OHV. Lufteinlass. Da können wir mal gucken, dass wir da richtig geilen kriegen. Da, 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 da. So, nehmen wir mal mit rein hier. Ich will mal gucken, dass ich die, ähm, alle bis zum Tuning bekomme. Bagase. Mal ein bisschen was tun hier an unserem Schätzchen. Schon eine Weile her, ne? So. So. Auch ganz anderer Aufbau hier. Mal gucken. Kriegen wir denn die Tuning-Teile dafür? Leider nicht. Da können wir auf jeden Fall, das wären zwei Stück. Bagaser gibt's auch einen. Bis sieben Prozent, alter Schwer. Ähm, dann haben wir ja Kompressor. Das wäre das. Das Teil, den Keilriemen. Den Keilriemen. Den Keilriemen. Servo-Pumpe. Ich glaube, die Behälter hat er gar nicht mehr, ne? Sehe ich gerade. Servo-Pumpe sieht echt noch gut aus. Das ist aber auch alles 100%. Wie gesagt. Das ist ein Held. Die Bebellen. Das ist ein Held. Das ist ein Held. Und dann sehen Sie. Das ist ein Held. Und dann sehen Sie. W felt wie gesagt. Ich habe sie gar nicht mehr, aber das war. wir doch mal schreibe schreibe machen hier um nicht maschine haben wir noch der motor muss ja dann auch repariert werden wird das teil dass das teil diese teile wird dann da ich sehe es ja schon so den kompressor haben wir ja schon mal eingetragen in die liste meine ich die liste der verdächtigen dann kriegt er hier auch noch mal so eine klappe ein teil braucht ja auch noch okay halt alles kaputt ich weiß gar nicht 16 oder so brauchen wir hallo ach so wir müssen erst die ich trage erst mal so ein ob man sich ja 16 stück brauchen wir das ist kaputt alles kaputt ja nicht unbedingt kaputt aber sehr sehr ja wie soll ich sagen angeschlagen da brauchen wir dann 1 2 3 4 5 6 7 8 ja der anlasser triebe linderkopf auch 8 ok da müssen wir von unten randern ja es wäre schön aber den jetzt erst mal hier wie gesagt komplett setzen setzen myne gute das ist ein haufen zeug ja unglaublich das wären die teile dann kommt hier noch raus und der kommst du mal direkt mit raus dass mich nämlich hier in der optik sehr gut dann haben wir den zweimal war das kaputt zahl hinüber steuerkette knackenwälder aus der welle muss alles neu mich jetzt so noch nicht ran den kann man ja auch schon mal einmal einmal dreimal so hier ach du je doch schon ordentlich kaputt dafür dass das ding dann nur in der scheune rum stand kraftstofffilter kommt neu ist ja noch öl drin eigentlich ich muss mal gucken ich will mich nicht unbedingt beschmieren ja war noch ringfügig öl drin ich lass mich wieder voll saue so noch haben wir bereits gemacht die teile für die die pleu lager decke haben wir glaube ich noch da ich werde sie glaube ich mal eintragen ich weiß nicht ob ich noch genügend da habe wahrscheinlich nicht so dann vorgewählen lager decke auch schon kaputt oh man was soll ich dazu sagen aber der motorblock müsste noch zu reparieren sein das wäre nice wir können uns kein kaufen flüpp so dann haben wir hier den das gute stück das eine nicht vergessen ich sehe es nämlich gerade hier das ding wieder runterfahren dann kriege ich den blöden pläu oben nicht raus und dann ist kacke gut dann holen wir die dinger mal raus werden hier so nah muss ich jetzt auch nicht ran dann trage ich uns mal die ringe ein brauchen wir acht mal holen mit pläu habe ich habe ich eingetragen mal kaputt gut kraftstofffilter raus der liegt nur noch auf ne müssten noch mal hoch kraftstofffilter raus dann will es hinüber schwupp betriebe was neu okay gut hier machen wir dann aber erst mal schluss man es ist echt viel viel arbeit wenn du so ein auto wieder neu machst aber es macht unheimlich viel spaß ich so viel bock dran haben die teile auseinander zu schrauben und wieder ganz zu machen ja und ich sage mal vielen vielen dank erstmal fürs zuschauen dankeschön dass sie da war und wir sehen uns in der nächsten folge wenn ihr lust habt bis dahin macht's gut